Sie haben als Deutscher eine Einladung zum Geschäftsessen am Mittag in den Niederlanden bekommen oder haben niederländische Freunde oder Bekannte Sie zum Lunch eingeladen, dann dürfen Sie in den meisten Fällen keine warme Mahlzeit erwarten, so wie Sie es in Deutschland gewohnt sind. In den Niederlanden werden zum Mittag nämlich eher belegte Brötchen mit Käse oder Schinken serviert. Erst abends essen die meisten Niederländer warm. Lunch lässt sich also in dem Fall besser mit einem Mittagssnack statt mit dem in Deutschland bekannten Mittagsessen vergleichen. Ein typisch niederländischer Lunch besteht aus belegten Broten oder Brötchen, wozu oft auch ein Glas Buttermilch gereicht wird. Wer schon häufiger in den Niederlanden war, weiß, dass sich auch Brot und Brötchen deutlich von den in Deutschland hergestellten Backwaren unterscheiden. Sie sind im Nachbarland meist weicher und weniger sättigend. Aufgrund der Snack-Variante dauert das Mittagessen in den Niederlanden meist nicht so lange wie in Deutschland. Es geht darum, schnell etwas zu essen und dann wieder an die Arbeit zu gehen. Erst abends nehmen sich die Niederländer mehr Zeit zum Kochen und oder Essen, um den Tag gemütlich ausklingen zu lassen.